Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Ich habe eine neue Intro für meine Videos. Und ich habe zwei Intros jetzt. Und ich stelle euch die jetzt vor. Und ich hätte mal eine andere Frage. Welche Intro gefällt euch als besten? Das erste Intro oder das zweite? Schreibt uns einfach in die Kommentare. Ich merke mich beim nächsten Video dann wieder. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! So, das war das erste Intro und jetzt kommt das zweite. Ja, das waren jetzt die zwei Intros und hier könnt ihr mal entscheiden, wer hier besser findet und schreibt es einfach in die Kommentare. Ja, vielen Dank und größe Vida.